Hallo Fans und Freunde der Vienna, zu einem weiteren Blauderstündchen, das erste in diesem neuen Fußballjahr, dem Jahr nach dem Jubiläum, aber nichtsdestotrotz ein sehr interessantes und sehr, finde ich, sehr, sehr wichtiges Fußballjahr für unseren First Vienna Football Club. Ja, ganz am Anfang möchte ich euch gerne nochmal an den 7. Februar erinnern, da ist Vienna Supporters Stammtisch im Café Benno im 8. Bezirk, ab 19 Uhr geht's los und es gibt ein ganz, ganz tolles Pub-Quiz, danke an den Alexander Juraske, wir haben ja das Vergnügen schon mal vor zwei Jahren gehabt, da habe ich noch ein Video gemacht, also bitte, meine Lieben, schaut recht zahlreich vorbei, ist eine spannende und witzige Angelegenheit und auch recht informativ, sich auch mal ein bisschen wieder mit den Vienna Fans auszutauschen, denn es kommt ein tolles Fußballjahr auf uns zu, die Herrenkampfmannschaft ist am Weg zurück in die RLO und verdienterweise, denn wir haben schon mal sechs Punkte Vorsprung vor den Verfolgern und ja, schaut auch mal ganz gut aus, dass wir da weiterkommen werden und dann, ja, wie geht's dann weiter? Schreibt es mir unten in die Kommentare, was erwartet ihr von diesem Fußballjahr, was erwartet ihr von eurer Mannschaft, was erwartet ihr von eurem Lieblingsverein? Unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen, von euch zu lesen. Ja und dann, freut mich persönlich auch sehr, die Frauenkampfmannschaft ist am Weg in die Bundesliga, in die höchste Spielklasse, die es in Österreich im Frauenfußball gibt und das gab es beim First Vienna Football Club, beim ältesten Fußballverein Österreich noch nie, dass eine Frauenmannschaft so weit oben gespielt hat und das freut mich ganz besonders. Danke an den Aschott, den Trainer und danke natürlich an die Christa Heinzel, die das ganz, ganz toll organisiert. Ist ein schwerer Job, kann ich mir vorstellen und umso toller, wenn es dann auch so erfolgreich und so super klappt. Auch super natürlich für unseren Verein, denn ja, Werbung beziehungsweise Publicity im Fernsehen zu sein, in den Medien zu sein, das ist sehr, sehr wichtig und das sehen wir immer wieder, dass das auch natürlich neue Fans bringt, beziehungsweise natürlich auch Sponsoren, denn tut mir leid, aber es geht halt hier um den Fußball, es geht hier um den, meiner Ansicht nach, schönsten und interessantesten Fußballverein der Welt. Und da bin ich sehr emotional, das gebe ich zu und da spreche ich auch manchmal mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand und ich möchte natürlich niemanden verletzen, ich möchte niemanden irgendwie angreifen, sondern ja, ich lebe das halt einfach und deswegen mache ich auch diesen Kanal, kann man mir erinnern, deswegen mache ich auch diese Videos und diesen tollen Aufwand, um euch nicht nur zu informieren und zu unterhalten, sondern halt auch um mein Fan sein, so zu leben, weil mir das einfach wichtig ist, euch hier zu informieren. Und meine Lieben, ja, macht, bleibt bei mir und schreibt mir einfach, was ihr davon haltet, schreibt mir auch rein, wie es euch damit geht und bitte nicht alles gleich immer so, was hat er schon wieder gesagt und böse zu nehmen, sondern ja, ich liebe es einfach und das lebe ich und das ist halt auch Emotion und Leidenschaft, die oftmals Leiden schafft. Für das kommende Fußballjahr habe ich einige ganz interessante Projekte geplant und bin sehr, sehr stolz darauf, dass auch einige sehr, sehr interessante Leute hier sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Ist auch nicht alles spruchreif und ich kann nur hoffen, dass viele von diesen Projekten, die ich jetzt noch im Kopf habe, sich umsetzen lassen, aber ich bin so stolz drauf und ich freue mich schon so, euch das präsentieren zu dürfen, weil da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei und die werden euch sicher irrsinnig viel Spaß machen. Natürlich auch für die Sammler unter euch ist hier einiges geplant und wow, also ihr seht schon, ich bin ganz aufgeregt, euch das bald zu zeigen und euch hoffentlich hier auch einzubringen und einzubinden in diese Geschichten, denn ja, wir sollen das gemeinsam machen und es soll auch eine große Vienna Family sein, die hier viel Spaß, nicht nur am Fußball, sondern hier auch am Fan sein haben und ja, hoffe, dass einiges davon umgesetzt wird, weil ich denke mir, das wird recht spannend und wird euch natürlich auch begeistern. Sehr, sehr stolz bin ich auf die blau-gelbe Friedhofstour. Danke an den Stefan Krohn, der hier mitgemacht hat und das Ganze organisiert und recherchiert hat. Es war viel, viel Arbeit, es war viel Arbeit, eine Drehunion zu bekommen am Friedhof, das Ganze zu drehen, das Ganze auch umzusetzen, zu schneiden, für euch aufzuadaptieren. Tolle Videos geworden, die ich dem Verein oder Stefan und ich dem Verein gratis zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch über die Winterpause auch gut zu unterhalten und natürlich auch gut zu informieren. Und da geplant waren, dass alle 10 bis 14 Tage ein Video online gestellt wird auf YouTube und das auch ein bisschen beworben wird. Das hat leider Gottes nicht hingehauen. Warum, weiß ich nicht. Es sind innerhalb von drei Tagen alle Videos online gestellt worden, zum Teilweise um Mitternacht. Werbung ist überhaupt keine gemacht worden auf Facebook. Teilweise ist es nur auf der Webseite der Vienna gezeigt worden, über die Rechtschreibfehler, die im Titel gemacht worden sind, weiß ich. Möchte ich gar nicht erst darüber reden. Ja, keine Hashtags, keine Tags, keine Texte darunter, gar nichts. Relativ lieblos online gestellt worden, aber ja, ist halt so. Nichtsdestotrotz, wunderschöne Serie und danke für euer zahlreiches Feedback. Da habe ich mir schon einiges überlegt und ja, wenn sich das irgendwie ergibt, wäre es natürlich auch viel Arbeit, das Ganze zu recherchieren und umzusetzen. Aber wenn das machbar ist, dann wird es sicherlich auch in Zukunft die eine oder andere Serie geben über ehemalige Vienna-Größen und ja, seid gespannt. Haltet euch auf jeden Fall am Laufenden. Am Laufenden möchte ich euch gerne auch über die Tätigkeiten der Fangruppen, speziell über die Vienna-Supporters, über den Fan-Beirat. Da ist auch ein baldiges Video geplant, das ich hier auch online stellen möchte, um euch zu informieren. Und natürlich möchte ich auch gerne die ganzen Fangruppen und auch die Persönlichkeiten hier präsentieren. Es sind natürlich wieder Fangespräche geplant. Einige Termine sind auch schon ausgemacht, also bin ich schon recht guter Dinge und freue mich auch schon mit euch, mit Vienna-Fans zu sprechen und die hier dann hier natürlich auf Common Vienna zu präsentieren. Aus aktuellen Anlass möchte ich das gerne wieder erwähnen. Common Vienna ist ein Fan-Kanal. Hier bespreche ich Themen, die die Fans betreffen, beziehungsweise meine private Meinungen und auch meine private Sicht. Das betrifft jetzt nicht den Verein. Alles, was den Verein betrifft, könnt ihr auf deren Social-Media-Kanälen sehen oder bitte sich direkt an den Verein, E-Mail und Telefonnummer, blende ich euch gerne unten ein, beziehungsweise schreibe ich euch gerne unten hin in die Beschreibung. Bitte wendet euch da an den Verein auf die hohe Warte. Bitte. Alles andere, was Fans betrifft, etc., das bitte schön hier und das auch bitte zu trennen. Ja, ich dachte, das ist klar, aber immer wieder kommt es zu Missverständnissen, dass Leute hier die Videos sehen und dann vom Verein anrufen. Also bitte, nein, das ist ein privater Kanal. Das betrifft nur die Fans des First Vienna Football Club, nicht das Vereinsgeschehen. Obwohl wir auch ein Teil des Vereinsgeschehen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sollte man auch immer wieder mal berücksichtigen. Aber alles, was hier besprochen wird, betrifft Kammern Vienna. Und dann, wenn es hier Fragen gibt oder so, oder Feedback gibt, dann bitte wendet euch hier direkt an mich über Facebook zum Beispiel oder über Twitter, wo ich immer wieder auch Gedanken, beziehungsweise neueste News hineinschreibe. Instagram schaut auch da mal vorbei, beziehungsweise hier am Kanal auf YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr auch da in die Kommentare was reinschreibt, konstruktives oder einfach nur ein bisschen Lob. Freue ich mich natürlich immer wieder sehr. Am besten auch gleich den Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Schaut auch bei Facebook vorbei, könnt ihr auch dort abonnieren, beziehungsweise liken den Kanal und natürlich auch auf Instagram. Ich denke aber schon, ihr wisst, wie das geht. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch dort ein Like und ein Abo da lasst, damit ihr immer wieder informiert seid. Dann, meine Lieben, wünsche ich uns eine sehr spannende und aufregende und hoffentlich sehr positive Fußball-Saison mit vielen Partys, mit vielen Highlights. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch recht zahlreich bei den Auswärtsfahrten, beziehungsweise auch bei den Damenmannschaften. Würde mich freuen, wenn ich ein bisschen mehr Vienna-Fans sehen würde. Bis bald und Kaman Vienna! Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch gleich wieder.